Also vorsichtig, was ihr sagt. Wir können sie dann bestechen. Servus, 7. September. Ein neuer Vlog startet und wir sind gerade auf dem Weg zu Heldhaus und schauen mal, ob es etwas Neues an der Hausproduktion gibt. Wir sind gut ausgerüstet mit einem Haufen von Kamerazeug und wir sind gespannt. Wir sind in der Halle und bauen mal GoPro und alles auf. Kameraaufbau. Das ist schon sehr lustig, hier überall sein Haus stehen zu sehen. Spannend. Wir machen nämlich heute noch ein paar Aufnahmen, die dann nachher beim Herrn Held mit auf der Website sind. Und ein paar Sachen schneide ich hier jetzt auch noch ein bisschen in den Vlog rein. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, dass das oben auf jeden Fall ist. Ich glaube, so Kinderzimmer und die auch noch ein paar Flur oder sowas, weil wir da nämlich Kippfenster haben. Und jetzt kommt die Uhr. Und jetzt wird das oben auf dem Weg zu. Das oben da ist. Und jetzt kommt die Uhr. Und jetzt kommt die Uhr. Und jetzt kommt die Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Tasche. So, wir sind wieder auf dem Heimweg von Heldhaus. Wir haben schon kurz nach sechs. Wir sind schon wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben heute die Außenwände gesehen, wie die produziert wurden. Ihr habt es ja auch gesehen. Deswegen ist es besser, wenn ich euch das so ein bisschen zusammenschneide. Wir haben auch sonst schöne Aufnahmen gemacht und haben ja auch mit der GoPro so Zeitraffer-Aufnahmen gemacht, die ich euch jetzt auch mal noch so ein bisschen mit einblende. Und ja, letztes Mal waren es ja nur die Innenwände. Diesmal waren die Außenwände dabei. Teile der Fenster waren schon drin. Wir konnten heute mal die Wand von der Küche sehen, wie sich das so anfühlt. So 11,5 Meter sind 11,5 Meter, gell? Also, ja, es ist echt spannend und cool. Wir haben auch mit den Handwerkern gesprochen und mit dem Herrn Held nochmal gesprochen und mit seinem Sohn. Und übrigens wird Heldhaus jetzt auch eine Instagram-Seite machen und der Sohn, der Sascha, der wird gucken, dass er irgendwie eine coole Instagram-Seite macht. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, die ich euch mal hier drüben einblende. Könnt ihr ja vielleicht mal Hallo sagen und ein Abo dalassen von mir. Und ja, jetzt holt der Schwiegerpapa unseren Sohn und unseren Hund bei meiner Schwägerin. Oh Mann, ich sag's euch, das muss alles so organisiert werden. Und das war jetzt auch anstrengend irgendwie ein bisschen heute Mittag, weil immer viel Quatschi-Quatschi und viele Eindrücke wieder. Und ja, und was schade ist, dass YouTube nicht riechen kann, weil wenn ihr riechen könntet, wie das in dieser Halle nach Holz riecht, das ist unfassbar. Und das Schöne ist ja daran, dass man weiß, dass das einen ja dann auch umgibt. Es fühlt sich irgendwie total gut an, so Holz zu haben, so auch wie das gebaut wird, es hat irgendwie sowas Standhaftes. Es ist irgendwie, es ist irgendwie cool. Wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal auf die Baustelle zu uns, gleich Postwenden, während der Schwiegerpapa den Kleinen holt, weil sonst wird alles zu spät. Und dort wird, das habe ich euch ja auch im letzten Vlog schon erzählt, ach ist das Licht nicht wunderschön, dass das Grundstück so ein bisschen aufgeräumt wird. Und ich glaube, die Wasserdrainagen sind in dem Fall vom Hang kommende, zum Beispiel Schmelzwasser von Schnee oder sowas, damit es da abfließen kann oder weglaufen kann oder absickern kann. Genau, das wird gelegt. Und die Regenwasserleitungen werden ums Haus gelegt. Wir haben jetzt heute, oder der Herr Held hat uns jetzt heute nochmal gefragt, ob wir, weil wir hätten ja eigentlich bei der Rhombusverschalung die Dachrinnen innenliegend gehabt. Und da wir aber jetzt doch Putz außen haben, machen wir die jetzt außen ran. Und es gibt auch eckige Dachrinnen, auch die Rohre, die dann nach unten gehen, die Abwasserleitung, ne das ist es nicht, oder das Regenrohr, die Regen, das Regenrohr. Also die gibt es wohl eben in eckig und jetzt haben wir uns noch dazu entschieden, die eben in eckig zu nehmen. Ich glaube, es sieht auch ziemlich gut aus, weil unser Haus ja keinen Dachüberstand hat und so. Und wir kriegen noch so 3D-Pläne, also wo man das Haus dann nachher virtuell so drehen kann. Das kriegen wir auch noch zugeschickt, das schneide ich euch dann auch mal mit rein. Und nächste Woche, Mittwoch kommt das Haus. Ich sag's euch, das ist auch total verrückt. Ich kann's noch gar nicht so fassen. Die haben schon gesagt, am Mittwoch kommt es und am Mittwochmittag, Nachmittag könnt ihr schon da drin rumlaufen. Also wir haben die Garage und alles wird auch gleich fertig gemacht, also klickt alles gut. So, der Bagger steht und irgendwelche Walzen. Bodenplatte sieht natürlich viel kleiner aus, gell, im Gegensatz zu den Wänden, die dort sind. Ja, das, guck mal, das ist das Gymnasium, das hat Löcher. Ah, ja. Dann läuft dann das Wasser rein, läuft dann halt quasi irgendwo rüber und irgendwo ab. Bin ich doof, wieso verabschiede ich mich denn? Es geht ja weiter, für uns nicht, aber für euch ja schon. Oh Mann, bin ich doof. Ihr bleibt dran und bis morgen oder so. Donnerstag, der 8. September. Wir haben schon halb zehn und ich sichte gerade mal das Material, was wir heute mit der GoPro auf der Baustelle gemacht haben. Und das ist sehr witzig, weil ich hab's jetzt noch nicht gesehen, aber euch schneide ich's jetzt rein. Freitag, der 9.9. und bei uns gibt's eine kleine Planänderung, denn bei Heldhaus gab's nicht mehr so viel zu filmen. Die waren schneller als gedacht heute Mittag. In der Halle passiert nicht mehr so viel, deswegen gibt's auch nicht so viel zu filmen. Interessant wird's dann erst wieder Montagnachmittag, da fahr ich dann sehr wahrscheinlich auch mal Papa hin. Für uns ist es auch okay, denn wir hatten eh schon ein bisschen Stress so den ganzen Vormittag über. Oder ich, weil ich so ein bisschen hin und her und Buchhaltung und schlag mich tot. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf die Baustelle, denn da ist auch noch ziemlich viel los. Die bereiten ja alles vor, wenn dann am Mittwoch das Haus kommt. Da düsen wir jetzt mal schnell hin. Wir fahren wieder, haben die GoPro aufgehangen und es ist heiß, sag ich euch. Mal, wir gehen dann später wieder die GoPro wegnehmen und noch ein bisschen quatschen und Baustellen, Bier trinken. Ich würde sagen, ich blende euch als Abschluss des Tages die Aufnahmen, die Zeitrafferaufnahmen von heute ein. Dann könnt ihr da mal ein bisschen glotzen, was da so los war. Bis später! Samstag, der 10. September und wir sind heute im schönen Donautal. Wir waren gestern Abend auch noch auf der Baustelle, haben uns noch mit Freunden getroffen. Das war sehr cool, haben da noch ein Bierchen getrunken oder die Männer halt. Und ja, da habe ich euch jetzt auch nicht mehr mitgenommen, weil ich das Gefühl habe, ich zeige euch nur irgendwelche Bagger die ganze Zeit. Aber das hat dann jetzt ein Ende, denn heute ist der letzte Tag, zumindestens vorerst, weil am Mittwoch kommt ja das Haus. Und am Montag fahre ich nochmal mit meinem Papa dann nach Löffing zum Verladen. Und da nehme ich euch auch mit und ich wollte eigentlich jetzt den Vlog hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen wieder gefallen haben, vor allen Dingen auch bei Heldhaus, bei der Produktion. Und im Moment, ich muss deine Sola mal kurz werfen. Lasst den Tag hier noch ein bisschen ausklingen. Wir bleiben nicht mehr so lange und gehen dann wieder und zeige euch noch ein paar Ausdrücke zum Abschluss vom Donautal. Ich würde sagen, bis nächste Woche, hier drüben, mein Social Media und wir sehen uns. Tschüssi! Hat angebissen, der große Fisch. Super! 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 Vielen Dank.